Öldruck, grüner Bereich, Generator, Warnleuchten, okay, dann müssen wir hier den noch auf 50 stellen, um übereinstimmen, weißt du, und der, der hier verstellt sich immer. Meld ich uns mal kurz an. D-ECO-Li-Yenki-Yenki, Answerg Info. Bistar 23, das ist QNH 1008. QNH 1008, Bistar 23, D-ECO-Li-Yenki-Yenki. Okay, good to go. Du kannst mich hören, ne? Ja. Okay, probieren wir mal. Ja, die legen sich, fangen wir auf Start. Okay, dreht, dreht. Wir starten wirklich gegen die Sonne, ist ein bisschen doof. Und da landet jetzt kurz noch ne Maschine vor uns, bevor wir starten. Da landet einer. Ach, weißt du, wer das ist? Ja. Friedrich Merz. Quatsch. Ja, doch. Er sitzt da auch drin. Dämmung haben wir auf Start. So, dann machen wir hier jetzt mal ganz schnell Propcheck. 1700 Umdrehung. Magnet. 1,2. Leichter Abfall der Drehzahl. 1,2 zurück. 1. 1 zurück. Okay, stimmt überein. Okay, Kraftstoffpumpe haben wir angemacht. Das stimmt hier überein. Keine Maschine. Platzrunde auf Start. 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 Okay. Delta Ecolima Yankee Yankee, roll halb Piste 23, abflugbereit und roll auf die Bahn. 2. 2. 06 Knochen. So. Wackelt. Ja, am Start ist immer normal. Es ist immer hier ein bisschen. Ja. Ja. Bombing hier. Wir starten ja vom Berg, muss ich dir vorstellen. Ja, perfekt. Da unten ist ja... Du kannst gleich den Flugplatz sehen. Der ist... Wow, ja, ja. Ein bisschen länger. Höher gelegt. 1. 1. 1. 300 feet. Scharfstoffpumpe aus. Klappen auf Reise. Ja, für ne Stadten direkt? Das ist wickelt ja. Oh, ja, ja. 1. 1. 800. 4. Öl 2020. Ganz schön holprig heute, ne? Ach, ist das sonst nicht so? Nee. Nicht so? Noch ein bisschen Wind, oder? Bitte? Ist schön. Wo ist da denn da oben? Fäger auch. Ja, ja. Kleiner. Das hier, das ist die Kontrollzonen vom Luftraum Dortmund. Guck, und Herdick ist da, genau an der Ecke, der Haken. Und hier in diesem Raum, also hier darf ich nur bis 2500 Fuß fliegen, hier nur bis 2000 Fuß. Guck, hier siehst du ja, weil da fängt ein Ruhfraum Delta. Schaut ja aus, der Wiesen. Ja. Wie hoch sind wir jetzt, im Meter? Wir sind jetzt 1000 Fuß über Boden, circa 300 Meter. Ob da hinten ist Möhnesee schon, ja? Da ist der Möhnesee. Delta Yankee Yankee, verlass die Platz in Richtung Möhnesee. Wo ist denn hier der Tank? Die Tankanzeige ist hier. Ja, okay. So ähnlich wie beim Auto, ja, so ein paar Sachen, ja. Batterie, Wasser, ja. Ja, das ist hier Öldruck und das ist Öldemperatur. Ja, ja. Entlädt sich ein bisschen die Batterie. Zwei Tanks. Zwei, ja. Falls einer hängt. Im Flügel drin sind die. Kannst du skypen? Ja, müsste beschirmt gehen. Ja, wir fliegen gerade ein bisschen durch die Gegend. Das Ding ist so laut, die versperrt ich nicht kaum verstehen. Oh, ich mach jetzt Schluss, ja? Seine Mutter ist schon mal mitgeflogen? Ne, noch nicht. Was sagst du denn nach? Wenn, fliege ich erst mal 50 Mal oder was sagst du? Ich soll erst mal mit dir fliegen. Hahaha. Ja, Astral. Aber guck mal hier. Ja. Schön, ne? Ja. Mit dem Möhnesee vor allen Dingen echt schön. Das sieht so klein aus. Ich war ja da unten schon mal so ein bisschen Fahrrad fahren. So, ja? Okay. Da sieht das riesig aus. Jetzt setzt alles so klein. Wir waren da unten mal. Da unten, genau. Da ist das. Da war ich zwei Tage, da haben wir so einen Kurs von Fila gemacht. Oh. Hier unten, da ist das Hotel. Okay. Das ist schon stark, wenn man das kann. Unglaublich. Cool, ne? Das ist was anderes als in so einem Tüsen-Shed, ja? Boah. Klasse. Aber du fliegst aber auch Kurven hier. Ohohohoho. Warte, warte, ich nehm das mal auf. Schau mal, das sieht gut aus, ne? Witze. Aber da siehst du schon, dass in Deutschland auch ne schöne Gegend ist. Wenn du mal hier so guckst, Sauerland ist. Ja, von oben schon. Was ist eigentlich da unten da? Das lässt man nicht mal. Drückst du da drauf? Oder was machst du da? Ja, das ist das Seitenroder. Also, ich darf da eigentlich nicht draufdrücken, ne? Ja. Du sollst es da am besten nicht draufdrücken, wenn du demnächst wieder nach unten kommen willst. Nein. Weil ich hab den Fuß so dann drauf angelehnt, deswegen. Ja, da passiert nix. Und dem Ding kommst du auch schon ziemlich weit? Könntest du da mit Sylt mitfliegen? Ja, ganz locker. Du kannst da mit diesen... Die sind da Marokko jetzt letztens abgeflogen. Hä? Ja. Der Maschine? Ja. Oh, ein Socken im Kack, ey. Hahaha. Hahahaha. 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 Hast du aber schon mit jedem gemacht, der mitgeflogen ist, ne? Ja, nicht mit jedem. Du kannst nicht mit jedem machen. Ja, warum? Ja, wenn einer schon bei sowas sagt, oh, hör mal auf, dann kannst du dich mit dem machen. Ja, ist klar. Machst du auch richtig. Ja, guck mal, da hinten siehst du den Sorpelsee? Ja. Da ist der Sorpelsee. Ja. Oder nach Hagen ist echt einfach zu fliegen. Musst du nur die Ruhe entlang. Ja, genau. Das ist ja gute, mit Autobahn oder Flüssen kannst du dich ganz gut orientieren immer, ja? Ja. Und was sagst du? Wie findest du fliegen? Hast du dich so vorgestellt? Ja, ich hab's eigentlich noch schlimmer irgendwie. Aber es ist schlimmer, ein bisschen wackeliger noch. Es ist aber schon rumpelig heute, muss man sagen. Ja. Gestern war es ganz locker. Ja. Ein bisschen wackeliger hab ich es mir noch vorgestellt. Ein bisschen. So, zwischendurch mal. Also, dieses rumpelige ist nicht so schlimm, aber hier, wenn du jetzt so von der Seite so mal irgendwie auf dem Loch wie so, weißt du? Böen meinst du, oder was? Ja, wie wenn du jetzt im freien Fall so ein bisschen hast, dass du so ein paar Luftlöcher irgendwo hast. Aber das hast du, glaub ich, hier gar nicht, ne? Das hast du, glaub ich, hier in Höhe, ne? Ja, selten hast du so in Luft, manchmal so leicht. Ja, genau. Das kommt mir jetzt so ein bisschen vor, so mit dem Hubschrauber. Von der Geschwindigkeit. Ja. Von der Höhe und auch vom Rappeln so ein bisschen. Der Flieger ist aber auch anfälliger jetzt hier natürlich, ne, als die Cessna, ne? Weil die Cessna ist viel schwerer. Ja. Ja. Er ist ein bisschen sportlicher und leichter, ne? Dadurch merkst du hier auch viel mehr mit. Ja. Guck, da kannst du ja schon den Sorpelsee sehen gerade aus. Ja, ja. Willst du noch hin? Nein, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Kommt hier gar nicht so schnell vor, ne? Aber jetzt sind wir schon 200 kmh, fliegen wir jetzt nicht. Ja, ja. Das kommt einem überhaupt nicht schnell vor. Ja, da ist jetzt der Platz dahinten. Siehst du den? Da ganz hinten? Auf dem Berg? Ja, ja. Dahinten müsste Ham sein, da wo diese Dinger sind da. Kraftwerke. Stimmt sogar, ja. Da ist Soß. Genau. Er ist schon spitzenmäßig. Da. Wo siehst du eigentlich, wo hier Flugzeuge bei dir in der Nähe sind? Sind die dann da auf dem Radar zu sehen? Ja, aber nur wenn die das gleiche Gerät haben, sonst nicht. Ja, und sonst musst du gucken. Ja, musst du schauen. Oder du kannst dich halt auf den Frequenzen kannst du dich anmelden und die geben dir dann Verkehrsinformationen. Also, auf der Höhe fliegen aber auch nur diese Maschinchen hier, ja? Ja, ja. Die ganzen anderen in der Höhe. Ja, obwohl hier, guck mal, hier ist die Einflugschneide. Ja, ja. Ja, ja. Und deswegen darf sie hier auch nur 2500 Fuß haben, weil hier die. Ja, ja. Und damit die noch drüber fliegen. Delta Yankee Yankee, drehe ein. Rechter Kornflug bis Tour 3. Sagst du immer Yankee Yankee? Äh, wo steht hier? Hier ist Kennzeichen von dem Pfleger. Yankee Yankee, das heißt? Delta Ecolima Yankee Yankee eigentlich auch. Ach so, Yankee, ach so. Sagst du für das Übsel? Das ist natürlich Yankee Yankee, weil ich ja hier vom Platz bin. Alles klar. Hier noch nicht den Flugplatz. Der ist doch da direkt. Guck mal, da auf den Berg. Ach da, ja. Alles klar. Ich guck da die ganze Zeit hin. Delta Yankee Yankee, Eintrachtflug bis Tour 3. Der Wind 2208 Kno. Machen wir gleich eine zweite Klappensrufe. Das war eine schöne Landung. Ganz vorne an der Spitze und ganz langsam.